So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke. Jetzt habe ich gerade nicht nur ein Video um Hexer und Money rausgehauen, wo ich euch nochmal darum bitte, mal da mitzuwirken und Vorschläge für die nächste Woche zu machen und drunter zu schreiben, das liegt mir wirklich sehr am Herzen. Und nicht nur, dass ich gerade die Höhentour angekündigt habe, weil gerade total wieder aufgescheuchte Hühner überall in den Gruppen unterwegs sind und ich... Jetzt habe ich das Video über die Höhentour rausgehauen, habe das hier alles schön säuberlich vorgelesen, habe euch die Raids gesagt, habe euch die Habitate gesagt, die Pokémon, die Eier, das Event in L.A. davor, die Woche davor und was ich nicht gesehen habe, hier ist ein Pfeil dran. Oh mein Gott, hier ist ein Pfeil und du kannst hier umblättern auf die nächste Seite und die nächste Seite und die nächste Seite und das habe ich komplett jetzt vergessen in dem letzten Video. Also, ich habe aber in den Gruppen schon gesehen, die Leute sind wieder am rumheulen, keiner blickt durch, keiner liest, keiner hört zu, keiner guckt Videos, keiner denkt nach. Das ist nicht nur in L.A., ich sage es nochmal, nein, L.A. kriegt ein Event vor Ort, vorher, wo man mit dem Ticket mitmachen kann, aber danach ist an dem Wochenende, beide Tage weltweit, für jeden, da wo ihr seid, spielt ihr einfach euer Ticket. Und es gibt diese Raids weltweit bei dem Event und dann hieß es schon, ja, die sind nur in L.A., die Raids. Nein. Ja, das Shirachi gibt es nur in der Forschung in L.A. Nein. Denn zu Shirachi kommen wir jetzt, wenn wir einmal umblättern. Hier steht also, Proto-Alarm, irgendetwas geschieht mit Kyoko und Groudon, die die Macht über die Meere und Kontinente besitzen. Ihr könnt bei der Tourhöhen weltweit, weltweit, zum ersten Mal ihren Proto-Protomorphose-Formen in Pokémon Go begegnen. Wenn wir hier mal umschalten, sehen wir hier ein Bild, Meisterwerk-Forschung erfüllter Wunsch. Nix L.A., eure Wünsche werden wahr, fragt einfach Shirachi. Trainer auf der ganzen Welt können eine Meisterwerk-Forschung erwerben, die zu einer Begegnung mit einem schillernden Shirachi führt. Das ist Teil der Höhentour, sowie auch Shiny-Mew-Teil der Kando-Tour war und so weiter. Ich weiß nicht, warum da immer so viel gleich rumgejammert wird mit Was? Ja, das ist nur in L.A. Was? Das gibt's nur dort und was? Lest doch, macht die Augen bitte auf, lest doch einfach mal, was da steht. Wenn dort steht, in L.A. gibt's zusätzlich ein Event vorher, dann ist das zusätzlich ein Event vorher. Das sind alles offizielle Seiten, so viele News-Gruppen. Ich mach Videos, Schilling macht Videos, Sabrina macht Videos, Melanie macht Videos. Und wenn ihr zu faul seid, euch Videos anzugucken und ihr keine Zeit habt, dann lest halt das, was da steht, wenn ihr euer Spiel startet. Da fliegen euch die Artikel zu. Und da steht Anzeigen und ihr könnt lesen, was da steht, aber die Leute hören nur und machen sich komplett verrückt. Es wird also wieder eine Meisterwerk-Forschung geben, bei dem am Ende dann ein schillerndes Shirachi rauskommt. Also jeder kriegt garantiert ein schillerndes Shirachi. Ich sehe auch schon wieder die Leute, die sagen, Ich hab Shirachi gefangen, Shiny, ist das selten? Eigentlich müsste man sagen, ja, es ist selten, weil jeder kann nur exakt eins haben, man kann nicht mehrere haben. Das ist auf jeden Fall selten dann. Aber eigentlich ist es nicht selten, weil jeder kriegt das halt dann garantiert, der eben diese Forschung abschließt. Also Meisterwerk-Forschung, Schillernis, Shirachi, wie findet ihr das? Sieht das gut aus? Macht das Spaß? Und dann, was auch ein wichtiger Teil war, bisher war es ja immer so, bei Kando, ihr musstet euch ja immer entscheiden zwischen Blau und zwischen Rot. Je nachdem habt ihr andere Aufgaben bekommen, hattet andere Belohnungen und habt vor allem eine andere Medaille bekommen. War auch manchmal so aufgeteilt, dass es manche Pokémon nur da gab, als Shinies und manche Pokémon gab es nur hier als Shinies. Und ihr musstet sogar tauschen und musstet mit einem der anderen Editionen tauschen im Spiel, was gefühlt ja an die normalen Spieler erinnert, die man auch hat. Also wenn ihr ein Habitat, sagen wir mal ein Stadthabitat habt und ihr könnt jetzt nur 5 von 10 Pokémon fangen, braucht aber für den Abschluss der Forschung die anderen 5 auch. Stand ja schon dort, dass das die Tauschaufgabe ist und die anderen müsst ihr mit einem anderen tauschen. Sprecht euch also ab. Das Ganze wird es hier nämlich auch wieder geben. Hier ist aber nicht Rot und Blau und nicht hin und her. Hier ist es die Herausforderung Rubin vs. Saphir. Und das heißt, ich habe es total falsch gemacht, ich muss es doch eigentlich so hier einblenden, dass man das ganze Bild mit einmal hat. Deshalb muss ich das ganze Video neu aufnehmen. Das ist Shirachi. Das mache ich mal weg und jetzt sieht das besser aus. Genau, so muss es doch eigentlich aussehen. Und diesmal gibt es auch wieder diese Herausforderung Rubin vs. Saphir. Welche Seite werdet ihr wählen, wenn die Macht der Meere und der Kontinente aufeinandertreffen? Alle Trainer können zwischen einer Rubin- oder Saphir-Medaille wählen. Eure Entscheidung hat auch Einfluss auf bestimmte Event-Inhalte. Die Medaille, für die ihr euch bei der Pokémon-Go-Tour Höhen Las Vegas entscheidet, gilt auch für das weltweite Event am folgenden Wochenende. Also wenn ihr nur weltweit spielt, entscheidet ihr euch halt da. Wenn ihr aber in Las Vegas schon spielt, müsst ihr euch da schon entscheiden. Und das ist halt dann schon fest für dahin. Ich habe damals geguckt, ich wollte unbedingt... Gut, es gab Rot und Grün. Ich wollte unbedingt die grüne Edition haben, weil ich die cool fand, die Pokémon, die gespawnt sind, in Pokémon Go, in dem Spiel. Fand aber die rote Medaille irgendwie cooler, vom Design her. Ich weiß jetzt noch nicht, wie die Medaillen aussehen. Sobald es Bilder von den Medaillen gibt, werde ich mich wohl einfach anhand der Medaille dann dafür entscheiden. Eigentlich müsste ich aber sagen, ich würde wahrscheinlich Rubin nehmen. Wegen hier dem Vulkan, wegen Groudon, weil ich finde, Groudon einfach ist mein lieblingslegendäres Pokémon. Ich würde wahrscheinlich Rubin also nehmen. Habt ihr schon einen Favorit? Für was würdet ihr euch entscheiden? Seid ihr Rubin oder Saphir? Für welche Medaille? Welchen Weg wollt ihr gehen? Seid ihr Kyogre-Fans oder seid ihr Groudon-Fans? Entscheidet euch. Und was steht hier hinten noch? Neue Feldforschungen. Bei neuen seltenen Feldforschungen erhaltet ihr Mega-Energie und begegnet Geist-Pokémon. Das ist doch mal fett. Das war es jetzt aber wirklich erst mal von meiner Seite aus. Ich muss nämlich das Muttertier noch heimbringen. Ich muss den Stream noch vorbereiten. Wir freuen uns alle weltweit über das Shirachi und die Raids. Die anderen Videos zur Höhentour habt ihr in dem Video davor. Und bitte macht Vorschläge für Max Out Monday. Das ist auf jeden Fall wichtig. Wichtiger als die Höhentour. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Beziehungsweise 18 Uhr. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Ciao.